Welche Auswirkungen hat insbesondere das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in das Hydrauliksystem? Das Wasser aus der Luft reagiert mit dem Öl, das heißt Öl nimmt Feuchtigkeit auf und die Alterung des Öles wird dann beschleunigt. Das heißt die Lebensdauer geht nach unten und man muss schneller einen Ölwechsel im System durchführen. Verändern sich auch die Eigenschaften des Hydrauliköls? Ja und zwar nimmt die Kompressibilität des Öles ab und ein weiterer Faktor des Wassers im Öl kann auch sein, dass dort durch entsprechende Kondensation Korrosion entsteht. Und wenn Elastomere irgendwo mit dem Hydrauliköl in Kontakt kommen, in dem Feuchtigkeit ist, welche Konsequenzen hat das? Den Elastomere im direkten Kontakt mit dem Öl, welches Wasser enthält, kann es bei schlechter Auswahl beziehungsweise ungeeigneter Auswahl von Elastomeren zur Quellung kommen und die Versichtungen werden entsprechend versagen.